In unmittelbarer Nähe der Burg Rabenstein, zu Fuß ca. 10 Minuten entfernt, betreten sie einen unterirdischen Palast. Über Jahrtausende sind in der Sophienhöhle im Naturparadies Burg Rabenstein traumhafte Tropfsteingebilde entstanden. Stalagmiten wie der riesige Millionär oder bis zu 5 Meter lange Sinterfahnen, die uns heute in ihren Band ziehen. Je nach Zusammensetzung der Tropfen spielen die Farben magisch in Ocker-, Rot- und Brauntönen wirkungsvoll ausgeleuchtet. Genießen Sie dieses natürliche Wunder der Schönheit. In kristallklarem Licht sieht man jeden einzelnen Wassertropfen fallen und spürt das Pulsieren und Wachsen der noch lebenden Höhle mit jeder Faser. Auch ist da ein weitgehend vollständig zusammengesetztes Höhlenbären-Skelett aus Originalfunden in der Sophienhöhle zu bestaunen. Das Skelett ist weltweit einzigartig und verleiht der Sophienhöhle europaweite Bedeutung. Ganzjährig finden informative Führungen statt, in denen die Höhle mit ihren Tropfsteinformationen und das Höhlenbären-Skelett zu besichtigen sind. Bei Sophie at Night an Samstagabenden oder exklusiv zu buchen, genießen Sie die Höhle faszinierend ausgeleuchtet und erfüllt von wunderbarer Musik, individuell in Ihrem eigenen Rhythmus, also ohne Gruppenführung. Im Sommer werden zweimal im Monat Freitagabends Konzerte im Vorhöhlenraum bei Kerzenschein zu einem unvergesslichen Erlebnis. Gerne wird die Besichtigung der Sophienhöhle auch mit einem Event in der nahegelegenen Burg Rabenstein kombiniert oder als Rahmenprogramm bei privaten Feiern oder Firmen-Events gebucht. Weitere Informationen und genaue Öffnungszeiten finden Sie auf unserer Webseite unter www.burg-rabenstein.de www.burg-rabenstein.de Untertitelung des ZDF, 2020